Also, dann bringen Sie uns drei Tassen Kaffee und zwei Mokka her. Aber den Kaffee für die jungen Damen nicht zu dunkel. Ja, aber auch nicht zu hell, Herr Oberbitte. Schön, Frau, und wie man ihn in Wien trinkt. Ja, aber nicht zu braun. Wo gehen Sie denn hin? Zum Anstreicher paar Farbenmuster holen.